Pati, Pati, Patu! Menschlich gesinnt, ziemlich abstoßend. Was der Name ist, eins und eins. Da bleibt alles so wie 4-Ed. Das ist ja gut gemacht, das ist ja gut gemacht. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Deutschland hat eine sehr... Oh ja, die sind auch gut. ...eigene Meme-Kultur. Natürlich haben wir auch die Memes, die schon seit Ewigkeiten im internationalen Bereich... Oh! Ich hole mir erst was Kleines zum Futtermuttern. So eine Kleinigkeit. Ich wollte eigentlich Laufband machen, aber irgendwie habe ich gerade Kreislauf. Deswegen was futtern lieber. Ich mache Laufband morgen selber, privat. Oder später nach dem Stream. Bis gleich. ... ... ... ... ... Vielen Dank. 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 Carsten, warum fällt er hin und vor allem, was ist mit ihm los? Was ist denn mit Carsten? Ich muss noch kurz weggehen, Leute, bis gleich. Hab euch lieb. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So. Danke. Ja, es wird schwer. Danke schön. Ja. Carsten Wollner ist Schlang-Experte und züchtet bei sich zu Hause exotische Tiere, wie zum Beispiel diesen Dinosaurier hier. Okay, der ist nicht echt, aber dafür diese gelbe Schlange in seiner Hand. Was? Einfach gebombt. In der Leute ihre exotischen Tierhobbys zeigen, stammt, meldeten sich zahlreiche Leute bei ihm. Manche, die ihn einfach nur anrufen, um zu fragen, was denn mit Carsten los sei. Was ist eigentlich mit dir los? Was ist eigentlich mit dir los, Carsten? Manche, die er ver... Ja. Blöd ist, dass es die, ähm, deine Versicherung nicht zahlt. Nur Fans von ihm waren. Klar ist eine Menge Geld, aber... Ja. Über ein Jahr lang schon so zu leben ist echt scheiße. Ähm. Jetzt muss ich gerade wieder weg, geht es mir leid, weil mir der Scheißofen wie piepst. Hehehehe. Bis gleich. Das war eine Minute. Mua. Mua. have Mua. Mua. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Was ist denn jetzt mit Carsten los? Can I stay? No. Carsten... Ich traf mich aber echt, was das für ein Clip ist, ne? Warum fällt der da über den Stuhl? Was, warum? Wollner lebt mit Diabetes Typ 1 und wenn er unter hohem Stress steht, wie in anscheinend diesem Video hier, wird der Körper stark unterzuckert. Erst sind es kleine Anfälle oder starke Schwitzen, doch so drei bis vier Mal im Jahr fühlt es sich für ihn so an, als übernehme eine fremde Macht seinen Körper. Und genau das ist in diesem Clip passiert. Carsten selber ist laut eigener Aussage übrigens gar kein Fan von den Videos und kriegt das Gefühl, dass sich Leute... Ich hab jetzt, ähm, Brötchen mit Salam. ...über einen kranken und lustig machen würden, aber ich glaube, durch dieses deutsche... Ja, die meisten wissen halt nicht, ähm, das Wasser... ...Urgestein von Meme wird Carsten bei den meisten eher wie ein Held gefeiert. Hi, ich bin's Michel. Ja und ich bin Sven und wir zeigen euch heute unseren ultimativen Trick. Haha, den kenn ich. Tja, Michel ist leider nicht mehr unter uns. Der Schrank war einfach zu mächtig. Michel und Sven, zwei Jungs... Echt? ... aus irgendeinem Dorf in Deutschland, wo sehr wahrscheinlich viele Kühe stehen. Wurden durch dieses Video beide relativ schnell berühmt. Für damalige YouTube-Verhältnisse war es für ein paar Wochen das virale Video. So gut gemacht, den kann man auch in der Lokalzeit zeigen. Mehrfach gezeigt im Fernsehen. Galileo, verstehen Sie Spaß? CNBC, zahlreiche andere Fernsehsender. Ein gewonnener Web-Video-Preis. Das sieht mich aber nicht so aus, als wir da drunter liegen. Wobei, wobei doch. Doch. Guys, don't, don't feel bad for them, they're German. Waaat? Die kompetentesten Experten haben versucht, dieses Video zu reproduzieren. Wie konnte Michel überleben? Was ist mit dem Fisch im Aquarium passiert? Izzy's Weg nach Hause. Geht es dem Schrank und seiner Schrankfamilie gut? Fragen über Fragen. Doch die Antwort auf diese Fragen ist gar nicht mal so weit entfernt. Sie ist nämlich ganz oben verlinkt in der Videobeschreibung. Ein Bekannter von Michel und Sven hat für seine Bachelorarbeit an einer Medienschule ein Projekt in Richtung Fake News und Meinungsmache in den Medien gestartet. Glaubst du alles, was du im Netz siehst? Und dazu gab es eben eine selbstgemachte Fake-Reportage. Bei mir im Studio begrüßen darf ich jetzt Frau Ingrid Böckel, Mutter des tragisch verunglückten Jungen. Ein Trash-Hochzeitsvideo. Und eben zwei Jungs, von denen einer bei einem Zaubertrick umkommt. In der Nähe von Michel und Sven stand damals ein altes Haus, welches eh abgerissen werden würde. Und so dachte man sich, man nehme einen alten Schrank, stellt eine Kamera hin und albert erstmal ein bisschen herum. Der an einem Fenster stehende Schrank wurde in einem separaten Fake einfach durch die Hand auf den Boden geschubst. Und vor allem, weil ein kleiner Michel offensichtlich nicht ausreicht, um einen ganzen Schrank umzuschubsen. Michel und Sven konnten somit ganz entspannt ein bisschen schauspielern, sich zu Boden werfen und voila, ein perfektes virales Fake-Video. Die Hinweise, wie zum Beispiel der sich auf einmal bewegende Stift zwischen den Frames, wurden zwar ein paar Mal kommentiert, doch wurden diese überschattet. Von den Leuten, die schrieben, oh mein Gott, Michel ist fucking dead. Als das Ganze dann durch die Dicke ging, also wortwörtlich, wurde sich... Ich dachte auch, dass wir dieses Video wäre recht. Ich habe auch noch an ein paar Nachfolgern versucht. Es sieht aus, dass sie über die Missionsmutzung über eine Kuh getroffen haben. Hallo, ich bin Michel und springe über eine Kuh. Und jetzt springe ich über einen Hund. Juhu. An sich waren es einfach nur zwei Jungs mit einer Kamera und viel Freizeit. Dann gab es noch einen Autotrick, der auch nochmal ganz gut an Popularität gewann. Jedoch wurde dieser ziemlich schnell runtergenommen. Wahrscheinlich, weil Leute, denen sich auf magische Weise nicht wirklich bewegen, schatten kommentieren. Sie sehen, was ich da gemacht habe? Das ist ein Scham. Das sind Michel und Sven heute. Laut einem Vice-Interview aus 2020, beide in ihrer Ausbildung und sich darüber freuen, dass sie früher durch die ganze Sache kurzzeitig die Stars auf dem Pausenhof waren und sich von den paar hundert dabei rumgekommenen Euro ein paar coole... Lego-Sets leisten konnten. Willkommen zu einer Stadt, die nicht existiert. Bielefeld gibt es nicht. Bielefeld gibt es nicht. Es werden zahlreiche Straßenschilder gefickt. Kennzeichen werden an ausgewählte Leute vergeben, um den Anschein zu erwirken, diese Stadt würde existieren. Und die Anzeichen auf eine große Verschwörung von den bösen Mächten werden immer klarer. Hey, wer ist Klara? Ewig lange gesperrt sind. Hey, wer ist Klara, Alter? Autobahnen nach Bielefeld. Auf Google Maps war lange Zeit da, wo Bielefeld angeblich steht, nur Wald zu sehen. Also Bielefeld gibt es auch gar nicht. Wie kann es sein, dass Bielefeld existiert, wenn User SDSNUTS35 behauptet, er käme aus Bielefeld und würde nicht existieren? Dieser Redditor hat ein Foto von Bielefeld gemacht und siehe da, man sieht, es existiert. Ein Foto von Bielefeld, genau. Ja, genau. Dieser ganze Mythos stammt exakt aus dem Jahre 1993, als Informatikstudent Achim Held einfach aus Joke auf einer Studentenparty sagte, Yo, Bielefeld gibt es nicht. Die Idee dieser Verschwörung war damals anscheinend so lustig, dass man im Bekanntenkreis den Joke einfach weitererzählt hat und irgendwann fand er auch seinen Weg, denn das Internet und wisst ihr, wie das Internet 1993 aussah? 99% hässlicher Text. Das erste existierende Meme zu der Zeit war ein tanzendes Baby. Und wenn ihr mich fragt, repräsentiert das ganz schön gut, wie hoch die Messlatte damals war und warum ein ellenlanger Internettext über die Nicht-Existenz einer deutschen Kleinstadt so viral ging. Heute kann man gefühlt... Ohne Witz, ich hab davon gar nichts mitbekommen. Nix. ...den zweiten Bielefelder fragen und er wird mindestens schon einmal mit der Aussage, Bielefeld gibt es nicht konfrontiert worden sein. Wenn ich sage, ja, ich komm aus Bielefeld, äh, nö, das gibt's ja gar nicht. Ich war küsstlich erst in Australien, da wurde mir auch schon direkt gesagt, Bielefeld gibt's doch gar nicht. Es wird immer wieder drauf angesprochen, dass es Bielefeld nicht gibt. Manche Bielefelder nervt es sogar so sehr, dass wir sich schon schlagfertige Antworten auf die Aussage überlegen müssen, wie zum Beispiel die verzweifelten Leute aus dem Bielefelder Subreddit. Keine Sprüche, einfach gut ausbrestvielisch aufs Maul. Sehr unzivilisiert. Ich würde einfach in seinen Café spucken und wortlos weggehen. So sehr, dass der Bürgermeister von Bielefeld 2019 selber keine Lust mehr hatte und ganze eine Million Euro demjenigen anbietet, der beweisen kann, dass diese Stadt wirklich nicht existiert. Ey, ich bin der Oberbürgermeister. Ich gehe in mein Rathaus. Das ist ja alles da. Das gibt es. Wir haben diese Wette gewonnen. Und das ist die Nachricht des Tages. Wir haben diese Wette gewonnen. Und das ist die Nachricht des Tages. Wir haben gewonnen. Bielefeld gibt's. Wir existieren. Wir haben gewonnen. Bielefeld gibt's. Wir existieren. Guter. Halt's auf. Und jetzt erledigt ihn. Und heute ist es einfach nur noch ein gängiger Internet-Joke, bei dem bei allem, was auch nur ansatzweise mit Bielefeld zu tun hat, die Existenz der ganzen Stadt mit einem einzigen Satz abgesprochen wird. Hä? Was für ein Applaus-Joke-Loll. So. Nach dem Essen geht es ein bisschen besser. Deswegen gucken wir noch was an. Wir gucken mal, wie gut dieses Video ist. Video-Sachen an, die ich aus dem Internet finde. Ob's witzig geht's doch nicht. Im Discord und sonstiges. Na. Ich freu mich super. Ey, es wird wieder wunderbar. Ey, ich bin bereit. Lasst ein Like und ein Abo dafür mehr. Doch nicht. Doch. Wer kommt aus welchen Ideen? Es ist so weird. Es ist so dum. Hallo, man muss auch im Game schlafen. Ja. Ist wichtig. In den Bett rein. Ich wüsste nur gerne, was Amimiya heißt. Wahrscheinlich sowas wie Schlafgut. Während das Brot Burak das Börech. Der Geh, ist das Arsch. Burak das Börech. Ey, das ist doch voll gut, ja. Das ist ein richtig deutsches Meme. Ja, komplett. Kannst du nicht. Oh mein Gott, ey. Es ist minimal laut gewesen. Das ist so verstörend, ne? Was ist denn das? Kennst du das nicht, wenn deine Eltern dich alleine lassen? Im Einkaufszentrum. Was passiert da? Was ist das? Äh, äh? Äh. Äh, ey, warte, fack ich da ab. Fufu, was ist das? Ich hab keine Ahnung, was wir uns hier anschauen. Ich find's aber super, muss ich gestehen. Es ist richtig gut. Es ist richtig gut. Ich bin so... Das ist ein Kreislauf, Leute. So lost. Es war aber ein gutes Video. Es war komplett random. Aber ich glaub, man eins hat... Und ich versäge, das hätte mir gefallen. Ich kann, manchmal kann ich einfach nicht reden. Kennt jeder. Ich habe keine Perle. Geh, mich tust du! What the fuck? Darf ich, ähm, auf deinem Schoß schlafen? Der ist ja gemütlich. Ja. Nicht die Perle. Oh. Oh, nein. Ist aber auch so gut gewesen, ey. Ganz kurz, ich find's ganz weird, wie Muscheln schwimmen. Es ist super weird. Wir haben keine Blossen oder so. Wie sie das machen, ist mir voll das Rätsel. Weiß irgendjemand, wie diese Dinger wirklich schwimmen? Was ist ihre Funktion dabei? Wie machen die das? Mit der Zunge? Ja, aber wollte ich auch was sagen. Das sieht so aus, als würden die mit der Zunge in so Gegend hauen, so in so rechten, vorne und hinten, dann quasi so bauern. Du hast vollkommen recht, bestimmt. Ich habe die Züge alle Woche geleistet. Es ist nett, dass sie einen Freude nehmen und ein bisschen Spaß haben. Wenn je so schwimmen geht. Oh, nein. Das ist aus Kacke. Achso, weil hier ist überall Wasser drin. Das muss halt echt wehtun. Ja, aber für wir ist es Power. Ey, die Leute haben Fang, also. Nur er nicht. Ja, der ist schon schrecklich. Aber Commitment ist drin, ey. Die drei Schweinchen. Oder so. Oder so. Rotkäppchen, oder? Ja. Aber ohne Schweine. Hä, warte mal. I blow your house. Jetzt versteht das. Jetzt versteht das. Jetzt ist so Sanzi alles hier. Und dann kommt der. Und guck mal die Form des Schwansteins an. Jetzt ist so Sanzi alles hier. Und dann, ah. Oh, ich hab's erst mal nicht gecheckt. Und dann hat er gelächtert. Und ich war so. Das ist mit den drei Schweinchen. Aber das Haus ist nicht kaputt gegangen. Oh nein. Man weiß genau, was kommt. Ich liebe diese Sachen, wo diese kleinen Menschen zum großen Menschen und diese Sachen immer so. Diese Verhältnisse. Ja. Ich hab's kaum gespielt, nur mit Mods der Roblox-Spieler. Ich hab's schon öfter gespielt wegen Glow, ja. So hab ich's aber noch nie gespielt. Jedes Game, okay, danke. Wollt ihr melden? Ist das Marmelade? Käse? Oh mein Gott, aber ne Pizza. Ne, schöner. Das kann nicht funktionieren, oder? Wassermelonen-Pizza? Boah, ich weiß nicht. Das ist ja noch hundertmal schlimmer als an andern auf der Pizza, oder? Das ist halt, du kannst es halt nicht mal essen, richtig. Ne, das ist halt, du hast halt, ich weiß nicht, du hast das Herz, herzlich so, richtig schön warm und dann hast du irgendwie so wasserweich. Weiß nicht. Du hast ne Wassermelone, von der Wassermelone. Ja, Noah, oh Gott. Zu viel Wasser, ne? Das ist ja gar nicht schon aufgegessen. Also, er hat sich nur aufgenommen, wie er seinen Workout macht. Das heißt, er hat Bauchzähne, ja. Er hat anscheinend ein Timelapse gemacht. Es sieht aber auch dumm aus. Machst du das bitte auch nächstes Mal? Ne, ich mach ein Timelapse für dich, wo man das sieht. Die Beine. Ich glaub, die Hälfte, die er macht, ist gar nicht für den Bauch. Ey, sag's, wie es ist. Ja? Alter, geil. Normales Workout für ein Video auch. Hä? Das wär ja geil. Der kommt auf so was, das ist so krank. Ey, das ist voll gut. Boah, das kenn ich aber schon. Ja. Der hat dazu so viel Game schon gemacht, das ist unglaublich. Peace Control komplett. Das ist so dumm, ey. BDS, du bist öner Budenbesitzer in Berlin um 43. Ja. Also, würd mich nicht mal wundern. Das ist ja echt so. Geile Mod aber. Ich seh keinen Unterschut zu Berlin. Welches Spiel ist das? Ich wüsste es auch gerne. Wie hält der sich da da oben? Mach's doch sicher. Es ist so stumpf und dämlich. Holy shit. Männer. Gib mir alles, was du hast. Die Frau denkt, ah, der geht mir bestimmt fremd. Du bist das auch gerne. Was der Mann tut. Das ist ein richtiges Video für Gloob. Es ist so. Ich schieße. Hans Moose. Respekt. War ein guter Moose dabei. War ein guter Moose. Was machst du denn als Volker? Nicht schlecht. Mit tanzen? Vielleicht versuchen zu kontern? Ernst, bitte versuchen zu gewinnen. Äh, bitte nicht, nein. Wieder die Musik für ein Kochvideo. Oh, das ist so, also wie, oh, was passiert da? Also ich hab Hackfleisch, Nudeln, Tina Butter, okay Skittles, also so ein Kuchen. Das ist halt legit so eine krasse Lebensmittelverschwendung. Es ist unglaublich. Ja, die essen das bestimmt. Wo die essen das nicht? Natürlich, die würden niemals Essen so verschwenden. Und das ist noch roh drin. Boah, dieser Mix an Videos, den du hier hast, ne? Ja. Ist so eklig. Ist schon merkwürdig, ja. Ist so weird. Ich weiß gar nicht, was ich sag. Manchmal cool, manchmal überverstörend. Deine Zuschauer sind manchmal so, ha? Das war ja. Ich weiß selbst nicht, was ich... Hackfleisch ist so teuer mittlerweile. Man kann auch so leckere Hackbällchen machen. Du machst am besten so viele Hackbällchen, dass in euch übrig bleiben. Dann hast du am Morgen noch lecker Brötchen mit Hackbällchen. Njam, njam, njam. Hier habe ich... Das ist eigentlich... Das kannst du unter Discord-Memes. Ein Baby wird zu hängen. Ein Baby. Jaaaaa. Ist das echt? Das Baby, ey. Ich hoffe mal nicht, weil die sind ein bisschen klein dafür. Dem geht's voll gut. Das ist für ein Baby. Wir merken, in unserem Alter, wenn wir das machen von so einer Höhe, die positiver zu unserem Körper ist, wir werden einfach tot. Wir werden einfach tot, ja. Ich sag, ich bin wirklich voll heute, alles gut. Nacht geht's heute, dein Schlafschirm. Das Kind füllt halt einfach ab, als wäre es, keine Ahnung, ein Beil oder so, so ein Flummi. Ja, das ist Happy, also. Hier, es kommt in den Zug, denke ich mal. Oh. Guck mal, wie cool, wie gut das ist. So ein Flummi. Ja, das ist Happy, also. Guck mal, wie gut das ist. Die haben sogar so Bodendinger, die sich ausfahren, damit keiner drüber fährt und drüber geht. Hier, es kommt in den Zug, denke ich mal. Oh. Ja, ja, die wollen, dass man jetzt fährt. Nächstes Mal. Also, bitte. Perfekt. Gut, gut, das ist gut, das ist Timing. Oh, warte, wieder runter. Warte, warte, warte. Haltes Timing. Geil, geil. Das ging jetzt falsch mal eingestellt. Noah, Noah, was sagst du hierzu? Du als Vlogführer? Was sagst du hierzu? Hm? Oh, natürlich nicht auf der Arbeit erleben. Ja. Alter, für den Tag. Aber so eine Bildungstunde kann das mal vorliegen, meine. Ist echt. No, wait, miss ich. Keine Zeugen. Oh, oh, oh. Falls ihr irgendwo an den Weihnachtsmann sitzt, wisst ihr Bescheid, ne? Nicht an ihn rangehen. Nicht ansprechen. Keine Zeugen. Und geh zurück. Wenn du neue hast, feierst alleine. Boah, das war geil so. Cooler Effekt. Jo. Ja. Das ist cool. Ich verstehe die Videos nicht, die sind echt kreuz und quer, muss ich gestehen. Wirklich, komplett gewürfelt. Ich weiß nicht. Ja, das ist cool. Das war nice. How to surprise your house guests. Wie lang ist das? Bisschen. Der hat schon sehr kurz gemacht, beschwär dich mal nicht. Ja, der baut so viel. Welcome to your new throne. Willkommen auf deinem Thron. Juh. Game of Thrones Musik. It seems like you have been constipated. But don't worry, buddy. You can win this battle. Let it go. Immer bereit für den schwersten Kack, ey. Aber es ist schon so gut gemacht, wenn das alles funktioniert. Ey, das schaut aber bestimmt mega gut aus. So kann man auch die Straße überqueren. Ja, wenn man so tanzen kann, dann ist es gut. Aber die Rechte kann es besser. Die Rechte kann es besser. Die Rechte ist mehr im Rücken. Die sich drehen hier gleich. Also da hat die Rechte mehr Einsatz. Wenn man so tanzen kann, dann ist es eh alles chillig. Das ist mit so viel Konfidenz, da ist es halt nicht mehr unangenehm. Wenn man es halt kann und es gut ausschaut, das ist halt echt gut. Am Ende des Tages, wenn man alles mit super viel Konfidenz macht, ist es für den anderen auch nicht unangenehm, wenn er dir zuguckt. Aber weißt du, wie ich meine? Du musst mit sehr viel Konfidenz einfach machen. Als seist du es wirklich in dem Moment. Weißt du, ich meine? Das Ding ist auch, wenn ihr es nicht könnt und es lernen wollt, ne. Müsst ihr es so tun, als könntet ihr es. Ihr müsst es versuchen. Ihr müsst ins Herzblut rangehen. Scheiß, wie gab's scheiße aussieht. Ihr könnt es nur wirklich, wenn ihr es wirklich dann wollt. Ihr müsst alles, die die ganzen Körper, die ganze Körper, die ganze Körper, die ganze für uns zu spüren, jeden einzelnen Vater im Leben. Dann schaffst du es. Also. Auch wenn es scheiße aussieht, es wird besser. Wenn du hingehst, ich kann es nicht ein bisschen in der Schwabbeln. Das wird nichts. Du wirst dir so ein paar Dinge, die trotzdem peinlich werden. Das ist süß. Das ist süß. Hat der gefurzten oder was der Mund? Ich weiß es nicht. Aber der ist happy. Ja. Oh, ich sehe die Karte. Nice. Ich habe es. Okay. Nein, nein. Der Stock. Das Schlimmste ist mein Freund. Ja, der Gehstock, also ein Gehstock, aber als Kind aufgehoben hat damals, den dann wegschmeißen musste. Jedes Mal, wenn wir irgendwo sind. Er nimmt immer irgendeinen Stockrinde mit. Ey, das hat man aber als Kind immer gemacht, oder? Also nicht? Ja, auch. Als Kind habe ich immer mein Schock war immer mein Schwert, Alter. Und das war so richtig ehrenhaft. Oder mein Lanserschwert, einfach mal. Ja, habe ich auch immer gemacht. Und dann habe ich es halt nicht zu verstecken für nächstes Mal. Ja, ich würde es halt nicht nach Hause nehmen. Die Katze, ey. Das Ende? Was deutsches? Ja, ich dachte schon, Leute. So, wie cool ist das denn? Oh, das hat bestimmt weh. Das muss wehtun, ja. Auf diesen Steinboden hinfallen nackig, Alter. Stuntman. Der hat sich nicht wehgetan. Nein, nein, hat er nicht. Also nicht nachmachen, Leute. Wow. Das sind die zwei schon wieder. Und gerade erst. Ah, das ist cool. Das muss man machen. Aber ich mag das mit den Skippen lieber eher. Ja, ja, wenn er geskippt. Aber das ist so ein richtiges Jungs-Ding gefühlt. Das machen Girls aber auch, 100 pro. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine Girls gibt, die das irgendwie so machen. An die Girls, die gerade das Video schauen, schreibt mal bitte. Das ist schon so dumm, das ist wieder gut. Deswegen ist es ja geil. Kommentare auf ihr auch gerne mal einen Stein. Deswegen ist es wieder auch geil. Das ist ja cool. Es hat einfach diese... Weißt du, siehst du... Einfach vollkommen raus. Sieht nach dem Motto, was raus muss, muss raus. Nochmal. Also. Das ist ja cool. Es hat einfach diese... Weißt du, siehst du, siehst... Also... Das. Ja, okay. Danke. Statement gesetzt. Ein Gym mit Anime-Style. In Anime-Style. Boah, das ist aber geil. Ey, das ist... Das ist nice. Gangweeds-Gewegen hat... Alter, ich bin einfach weit gehört. Ey, wir schauen, wäre schon cool. Das wäre geil, wenn du sogar in One-Piece-Folgen laufen würdest, während du Workouts machst. Richtig geil. Richtig gut. Aber da gehst du einmal wahrscheinlich hin und danach nie wieder, weil es ultra teuer sein wird. Ja, gut, okay, Preis, ja. Ja, das kann sein. Obwohl, ich glaube nicht. Oh, eine kleine Kette, Ziggy. Kette. Ja. Hui. Wie groß. Aber es ist auch wie es die Joke. Obwohl, wie groß ist der Baum, Alter. Ne, damit kann er es eh nicht. Ne, aber es wäre auch, glaube ich, das macht man doch, glaube ich, nicht bei so alten, großen Bäumen. Ne. You should cherish each moment with your child, because there will come a day, when you pick them up. Und? For the last time. Probably. Vater, ich bin 43 Jahre alt. Oh, Gott, ich bin ein Baby-Boy. Hey, manchmal, das ist wie mit dem Spielplatz. Ja, aber es ist wirklich so, ne? Irgendwann gibt es den letzten Mal, das letzte Mal, wenn du auf den Spielplatz gehst. Ja. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, aber ist das lange her? Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, aber ist das lange her? Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, aber ist das lange her? Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, aber ist das lange her? Was ist das? Was ist das? Hä? Was zur Hölle war das? Das war eine gute Kombo. Warum sind hier so viele Fahrt-Videos? Oh, okay, wo kommt der jetzt? Oh Gott. Ey, das ist aber auch fies, aber finde ich super. Ich finde Leute krass, die zwei Stufen jedenfalls beim Runterlaufen. Ich habe das noch nie ausprobiert, um mehr zu sein. Okay, es ist lang. Da kommt noch was anderes, Mogil. Ich gucke mir an, wie andere Leute furzen. Wo ist denn? Das ist ja auch mit dem Arm. Mit dem Arm fängt es auch so lang. Was ist das? Stark. Ich weiß nicht, dass es fake ist oder nicht. Das ist das Schlimmste. Es ist 100% Fake. Ne, das war nicht Fake. Ich glaube, dass es fake ist oder nicht. Das ist das Schlimmste. Es ist 100% Fake. Ne, ne, ist nicht Fake. Man sieht es an den Beinen. Moment. Beinen. Ich mache mich mal zurück. Äh, hier. Guck mal, man sieht das Bein. Na, wobei, ich finde es halt, dass es hier in vielen Frames fehlt. Wobei, ne. Das ist auch eine Beschleunigung. Das könnte echt ihr Fuß sein, ne. Also, es sieht schon sehr gut aus. Also, wenn es Fake ist, sehr gut gemacht. Aber es kann echt sein, dass es wirklich ihr Fuß ist. Wie ist der Schatten? Na, der Schatten sieht doch nicht wirklich. Aber, ey, das könnte echt so sein, ne. Aber das ist Fake. Das ist 100% Fake. Das ist 100% Fake. Vielleicht aber auch nicht. Alter, Alter. Yo. Alter, wie kannst du das drauf? Ja, es ist 100% echt. Äh, die Butter will ich drunter. Das ist ein Scheißmixer. Danke für das Video. Danke, 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 danke. Ach nein. Ey, wie viel es davon gibt immer noch. Ja. Und sie werden nicht schlechter. Man weiß immer genau, was kommt. Und man findet es trotzdem nice. Oh, bitte nicht das Kind, das Kind. Das ist aber Real Talk so, ne. Oh, das ist aber Real Talk so, ne. Real Talk. Too hot. Geiler Humor. Du brauchst so einen Mann, der immer für dich da ist. Ich würde eher sagen, du brauchst so einen Affen, der immer für dich da ist. Ey. Ey. Hier. Alter. Ist das kein Kerl. Loool. Als ob die nicht da reingeht. Ratatou? Da kommt eine Maus oder Ratatang gelaufen. Genau in sie rein. Krank. Das ist krass, Alter. Wie man da reagieren muss. Du weißt ja nicht mal, was es ist. Auf einmal spürst du da so einen Viech auf dich aufklettern. Und auch noch so Schnee, ne. Miao. Boah. Nee. Es gibt keine 500 Stück. Er hat jedes einzelne gezählt. Also ich würde nochmal hingehen und sagen. So ein Scale. Aber das ist auch ein großer Betrug, wenn da nur wie viele drin sind. 53 weniger ist schon ein echter Betrug. Ein paar Benutzer hat einfach, ne. 500 sind dran. Ja, aber nicht 50 Stück. Da passen keine 50. 50 Stück ist in der Ecke hier. So in der Ecke ist 50 Stück circa. Das würde man sehen. Also das ist wirklich nichts Game. 500 sind dran sein. Ja, aber nicht 50 Stück. Da passen keine 50 weitere rein. Das könnte dein Rum. Das könnte dein Kling werden. Nein, du hast einen Workout. Nein. Danach bist du abgehärtet. Danach habe ich lieber erblasen und offene Füße. Danach bekommst du so eine Hornhaut auf den Füßen. Ich werde danach nie wieder aus Laubbahnen gehen. 10% weniger ist nicht grad wenig. Ja, das ist schon sehr viel. Es gibt teilweise nämlich Unternehmen, die machen extra ein bisschen mehr rein, um sicher zu gehen. Oh nein. So putzt man Zähne, Leute. Ganz normal. Da ist der 45 Grad Winkel. Du musst auch immer ein Winkelmesser haben. Und zurückkommst du wirklich genau auf 45 Grad Zähne. Das sind so Videos, wo du einfach nur, die machst du, damit die Leute Aufmerksamkeit, äh, die auf, die Leute aufmerksam bleiben. Alter, das ist so. Ich würde mich auch gerne so freuen für ein Geschenk. Die Katze freut sich nicht. Ich hoffe, dass aber wirklich die PS4 drin mit deinen Schuh werden. Ich habe auch voll, dass da mit den Socken drin. Oh, ich spink ihn. Was ist denn das? Chicken gegen Pau. Schieß einfach Eier. Was ist los, Noah? Ich bin wieder aufgeworfen. Ich weiß nicht, was los ist hier. Ey, da ist so viel geschnitten. Hä? Das ist ein gutes Video. Das ist so gut, ey. Ich habe keinen Plan, was hier los ist, ne? Also wirklich nicht mehr. Das ist echt gut gemacht. Aber ich finde es super. Das ist so ein gutes Video. Ich weiß nicht, was ich mir hier anschaue. Ich auch nicht. Aber es war ein gutes Video. Bist du die Verstörung summiert? Aber es war gut. Ja. Aber es ist fies, aber es ist auch eher, ich kann es voll verstehen. Das Auto muss sauber bleiben. Und dann kann man einfach so schmutzige Uhr haben. Ich gehe ja nie über, also wenn es Red ging, sollte man eben nicht übers Gras gehen. Aber generell übers Gras gehen ist scheiße. Kinami, wir kommen zurück. Kinami. Ich bin Furry. Es war aber ein guter, also. Onlyfans-Kalender. Oh mein Gott. Das wäre, was ich mir anschaffen würde. Ich glaube auch. Achso, Onlyfans. Achso. Und wenn jemand fragt, was ist das für ein komischer Kalender? Sagst du halt ein Onlyfans-Kalender. Ja. Ich sehe gerade deinen super, super Stream. Oh nein, das ist genau. Danke schön. Ja, du stehst auf den Superstar-Song. Luminara, danke schön. Ja, meine beiden Bots sind weg. Okay. Ja. Aber nach dem Video wechseln wir. Bam. Genau so habe ich den Film in Erinnerung. Ich auch. Ist sie bei dir auch so mit deiner Katze? Erstaunlicherweise gar nicht. Die kommt immer irgendwie, wenn die Sonne aufgeht, kommt sie auf einmal ins Bett und will miaut dich an, weil sie Hunger hat. Ja. Dann steht sie auf einmal neben dir. Miau, miau. Oder versucht zu miauen. Miau. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. So, das ist die Frage. Wer schreibt mich eigentlich an? Nee, ich glaube für heute machen wir Schluss. Weil, ähm, ich kriege mich ein bisschen aus und morgen geht es dann um 18 Uhr weiter. Ist ja schon alsbald in 18 Stunden, 17 und halb. Dann schlafe ich, ähm, und dann geht es bald los wieder. Nein. Nein. Was heißt nein? Vorsicht aus, Cage, schlaf ganz gut. Was heißt nein, Novi? Nein. Hm. Warum nein? Kommt da noch was? Nein. Warum nein? Warum, warum nicht, Novi? Warum nein? Möchtest du noch weiterschauen? Möchtest du noch weiterschauen? Möchtest du noch weiterschauen? Bleibt noch etwas 37 Stunden? 37? Du willst Pause machen? Weil du, weil du eine Pause machen willst? Soll ich, soll ich das denn machen? Was sagt denn Novi dazu? Was sagt denn Novi dazu? Ja, ich glaube auch. Genau, Noa hat recht. Dann machen wir für heute Schluss. Danke für die Ecke jetzt. Und halte ich noch was. Äh, ein Noas. Ein Genuss. Ähm. Mein Gott. Kloß im Hals. Angenommenes Zuschauer. Ähm. Nein, ruhig aus. Wie wir sehen uns morgen. Ähm. Herzlich willkommen bei mir. Und viel Spaß noch bei ihm. Ihr zockt jetzt noch unter Digital Flags, habe ich gehört. Und danach Fortnite. Wollte er tun. Und danach macht ihr noch ein bisschen, ähm, auch ein, auch ein, an der Stange tanzen. Ja, ja. Viel Spaß, Novi. Das darfst du machen. Hehehe. Hissi, toi toi. Ähm, wenn ihr noch nicht genug hattet, schaut auf mein YouTube vorbei. Da sind alle Let's Plays drauf. Ne, hab ich beides nicht. Dann kaufst du das jetzt und legt es runter. Mein Spaß. Alles gut. Ah, viel Spaß euch. Das Letzte, okay. Aber eine Stange hast du, okay. Dann schlaft schön. Wenn ihr nochmal, also keine Sorge, auf YouTube ist alles drauf. Ne, hier, ähm, Autostack YouTube. Geht da drauf. Ihr könnt alles angucken. Ganz viele, ganz viele schöne, schöne Spiele. Ich empfehle Donkey Kong 64. War super geiles Game. Hab euch lieb und bis zum nächsten Mal. Mua. Bis morgen. Bis morgen.